So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira Mann im roten Anzug. Heute möchte ich euch eine weitere Technik des Energy Flow vorstellen aus der Reihe Macht der Wörter. Es geht heute um das Wort Problem. Ich schreibe es bewusst mal so. Problem. Für die meisten ist das Wort Problem, ja ein Problem. Ich möchte euch mal das Wort für mich definieren, was ein Problem für mich ist. Alles andere sind Aufgaben, Herausforderungen und Chancen. Das Wort Problem ist etwas, ein Problem ist etwas, was ich nicht ändern kann, was ich hinnehmen muss. Es gibt Dinge, die leider nicht in meiner Macht stehen. Es gibt Menschen, die halt jetzt gerade, wo wir das Video drehen hier, in der dritten Welt sterben. Ich kann es im Moment nicht ändern. Ich muss es akzeptieren. Ich nehme es hin. Ich nehme es an. Das ist ein Problem. Alles andere sind Aufgaben und Chancen. Und das Wort Problem, wenn wir uns das einfach mal so angucken, Problem heißt, das Wort Pro steht ja für für. Also für etwas Gutes. Es gibt Pro und Contra. Wenn also das Wort Problem so etwas Schlechtes wäre, müsste es ja eigentlich Kontra-Blem heißen und nicht Pro-Blem. Also das Wort Problem ist für irgendetwas gut. Es ist eine Chance, eine Möglichkeit daran zu wachsen, eine Aufgabe und Herausforderung an die man einfach dran gehen muss. Wenn du auch ein Problem hast, dann freue dich deswegen, dass du das jetzt lösen kannst, dass du eine Möglichkeit hast, das für dich zu nutzen. Bei der Bewältigung deines Problems wünsche ich dir viel Kraft, Mut und Erfolg. Dein Mira Dein Mira